Unsere Kunden erwarten von unseren Produkten eine 100%ige Bandoberfläche, die bei uns hier in der Verzinkungslinie gefertigt wird. Sollten wir dennoch Probleme oder Fehler haben, werden diese zur Inspektionslinie gefahren und genau die Fehlerstrecken rausgeschnitten, die betroffen sind, um das gute Materialstück zum Kunden zu liefern. Die Projektidee kam eigentlich zustande, um den Fehlerdressierabdruck zu minimieren. Also die Fehlerstrecke war halt sehr lang im Vorfeld immer und das haben wir halt analysiert und dann sind wir halt darauf gekommen, wie können wir das jetzt hinkriegen, um diese Fehlerstrecke zu reduzieren. Der Kunde möchte eine gewisse Reut auf die Bandoberfläche haben und die übertragen wir mit der Arbeitswalze auf das Band. Der Kunde nutzt das für bessere Lackiereigenschaften. Wir haben das ja mal analysiert und haben dabei halt festgestellt, dass die Reaktionszeit, um diesen Fehler abzustellen, eigentlich, sag ich mal, das größte Problem war. Das heißt, der Fehler wurde vom Oberflächeninspektionssystem erkannt. Der Mitarbeiter, der Inspekteur im Auslauf, hat diese Informationen den Hauptsteuerstand weitergegeben und der Mitarbeiter vom Hauptsteuerstand musste halt vor Ort zum Dressiergerüst gehen, um diesen Defekt auf der Arbeitswalze zu beseitigen. Das Band läuft ja in der Zeit weiter und dementsprechend war natürlich die Fehlerstrecke sehr lang. Durch die Automatisierung fällt es natürlich leichter, weil die grobe Vorarbeit wird schon komplett getätigt. Also wir müssen nicht mehr sofort nach oben hingehen. Wir kontrollieren aber halt noch und gegebenenfalls arbeiten wir halt noch nach. Weniger Fehlerstrecke, bessere Qualität und weniger Arbeitsaufwand. Und dadurch haben wir auch besseren Material viel zur Kunde zu schenken. Wir haben in dem Projekt Dressierabdrücke, haben wir es letztendlich geschafft, auch mit mehreren Abteilungen, auch mit der Qualitätsabteilung und der Instandhaltung, die Fehlerstrecken von den Dressierabdrücken, von den Abdrücken aus dem Dressiergerüst massiv zu reduzieren. Und das in einer Thematik, sag ich mal, die automatisch läuft. Früher wurde das durch das Produktionspersonal gemacht und jetzt ist es halt automatisch durch das Oberflächeninspektionssystem. Ich denke, die Teamarbeit zwischen den Verbesserungen, weil es mehrere Abteilungen auch betrifft, ist sehr wichtig. Denn ich glaube, es funktioniert nur, wenn man in einem Team aus Produktion, Instandhaltung und Qualität zusammenarbeitet. Nur so sind wir, denke ich, erfolgreich. Die Unterrichtung des Dressierabdrücke Untertitelung des ZDF, 2020